Er ist Benz Ponton, 220 S, Modell W180, Baujahr 1957, 106 PS, präsentiert von Ralf und Susanne Dräger und dem Fonds sitzen... Aber das sagt keiner, wenn er dieses Auto sieht. Jeder sagt nur, da kommt eine Cobra aus den USA, Baujahr 1968 mit 400 PS. Hans-Dieter Hastenteufel, Rudi Hungerecker präsentieren uns hier die AC Cobra, die ist ein politischer Sportwagen, der ursprünglich für einen Henn-Einsatz... Und interessanterweise mit zwei ganz jungen Damen, die dieses Fahrzeug zu ihrem Lieblingsfahrzeug erkoren haben und uns den VW Käfer Typ 11, 1300 Kubik aus dem Baujahr 1971... Das war was für schöne Farbe. Rolf Kramer und Karin Werner präsentieren uns einen Mercedes-Benz 190 SL, Baujahr 1958, 105 PS, 1900 Kubik fast. Er ist seit 1987 im Besitz des Fahrers, also 25 Jahre, wurde 1958 nach Belgien zu den schönen Sonderformen von Motorrädern, die er uns lange Jahre hier präsentiert hat. Klaus Korte ist dann umgestiegen, als ihn die Gesundheit dazu zwang auf kleine Autos und hat diesen Lloyd LP 250 aus dem Baujahr 1957... Franz Josef Grahe, inzwischen ist die Besatzung auch vollständig mit Anne Silkenath Grahe und den Kindern hinten drin und noch einer Beifahrerin, wie ich sehe... Franz Josef Grahe, präsentiert hier seinen Jaguar MK2 2,4 Liter Baujahr 1966 mit 150 PS und Heinz Heißerkampf. Franz Josef Grahe, präsentieren uns den Mercedes-Benz M136 aus dem Baujahr 1951. Das Fahrzeug wurde zum Preis von 10.100 DM erworben. Die Erstzulassung erfolgte dann allerdings am 01.07.2021... Brigitte Schneemann und Ronald Schneemann präsentieren uns ihren BMW 502-8, also Achtzylinder, Baujahr 1955. Es war damals ein Wagen der Oberklasse und BMW produzierte in den Jahren 52 bis 64 die Modelle 501 mit 2 Zylinder, 6 Zylinder bis 6 Zylinder Motor. So wie die Modelle 502... So hieß die Fernsehserie. Und wir hingen immer alle davor, wie spannend das war und guckten auch immer wieder nach dem schönen Auto der Polizei. Was? Die sich doch damals... In diesem Jahr ist er allein, aber er ist da und das ist die Hauptsache. Der Austin Haley 100-6 BN4, präsentiert von seinem Besitzer Dietmar Böwing. Baujahr 1957, 117 PS, immer wieder eine 1,5 Liter. Baujahr 1952, Happy Birthday Peter Gilbach, schon wieder einmal 60 Jahre, wird das Fahrzeug alt. Peter Gilbach und Kalle Weber präsentieren uns diesen Opel Olympia, restauriert. Das Fahrzeug kommt aus Bad Hönningen. Die Anzahl seiner bisherigen HALTER SC. Zur Präsentation. Baujahr dieses Fahrzeug 1979 mit 180 PS und fast 3 Litern. Es ist eines von 372 Fahrzeugen mit der Länderausstattung Japan. Pf 괜찮아! Pf-pf-pf-pf.